Das ist die Einführung der Rallye. 10 ECs, beim ersten Mal stärkste Partei, beim ersten Mal. CDU 26,5. CS schon 6,0. Zusammen 32,5. Die SPD rutscht knapp auf 20%. Für die SPD ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt. Für die Union das schlechteste sein. Wir sind 14,5. Auch für die CS. Die Linke noch ein Prozent. Ihr seid verstanden. Wir70. 1的是 Speed. 0 des Bordeaux. 2 des Bordeaux. 5 Bordeaux. 2 des Bordeaux. 5 Bordeaux. 5 betaux. 3. 4.